Moin Freunde, grüße euch zum Video, hoffentlich alles gut bei euch und ich habe ein paar brandheiße News für euch, über die wir sprechen müssen. Sollen wir hier zum Beispiel einmal das? Kampf ums Öl. Das mächtigste Kartell der Welt schlägt sich auf Putins Seite. Surprise, surprise. Ganz interessant, das hier zu sehen. Auf der anderen Seite, seit Monaten drängt Amerika die OPEC dazu, mehr Öl zu fordern, damit die Preise sinken. Es geht immer nur um das dämliche Öl. Und ich habe ein bisschen in meinem Gedächtnis getramt. Und Chemiekurs ist sehr, sehr lange her, aber Google weiß natürlich nochmal ganz genau, warum wird denn in Deutschland nicht hingegangen und anstatt diese Abhängigkeit zu OPEC und auch anderen Organisationen zu haben, hingegangen und gesagt, wir können doch aus Kohle Benzin beispielsweise herstellen. So heißt es nämlich dann hier, bei chemie.de bin ich, beim Fischer-Tropsch-Verfahren wird die Kohle zunächst in der Kohlevergasung mit Wasserdampf und Luft oder Sauerstoff zu Synthesegas umgesetzt, welches anschließend katalytisch zu Kohlenwasserstoffen und Wasser umgesetzt wird. Endprodukte, Benzin, Diesel, Heizöl, Aromaten. Soll ich es jetzt selber ausführen, dass sowas in Deutschland jetzt leider nicht Schule machen wird? Man könnte, wenn man wollte. Man hat die Möglichkeiten. Natürlich logische Konsequenz hier, Ölpreise legen nach OPEC-Entscheid weiter zu. Brennt nähert sich 120-Dollar-Marke, also ein Allzeithoch seit vielen, vielen Jahren, nämlich seit neun Jahren an der Zahl. Und wenn man sich das natürlich dann hier einfach mal im Kölner Bereich bei den Spritpreisen anguckt, sehen wir jetzt hier bei Super E5 sind wir bei ab 1,84 Euro. Ich aktualisiere nochmal, vielleicht haben wir ja ein bisschen günstiger. Nö, gleich geblieben, obwohl, es stimmt gar nicht, der Preis vom 25. Februar sehe ich gerade. Ja, das ist auch realistisch, ja. Hier geht es vor zwei Stunden bei 1,87 los und wir kommen hier im Peak. Gehen wir mal auf die nächste Seite, sogar bei der teuersten Tankstelle in Köln. Och, das ist ja ein Schnapper, geht ja noch. Noch keine zwei Euro. Aber bei Telegram habt ihr das bestimmt auch gesehen. Der Ferris hatte da ein Bild gepostet bei sich aus der Gegend aus Niedersachsen. Deutlich über zwei Euro. Das ist die Entwicklung. Und wenn man jetzt sagt, ja, das ist alles die aktuelle Situation schuld, klar ist das natürlich dadurch getrieben. Aber wir haben ja auch schon seit Monaten diese deutlich steigenden Preise. Und dann möchte ich gerne mal hier vom Stand Februar 2022 von Statista diese Grafik hier oder diese Tabelle hier raussuchen. Zusammensetzung des Benzinpreises für E10 in Deutschland bei einem Preis von 1,71,9. Und dann frage ich mich auch, wo war das 1,71,9? Bundestagstankstelle. Der Spruch ist von Ferris. Also, Abgaben, Mehrwertsteuer, Ökosteuer, Energiesteuer und die EBV, die ist hier unten auch nochmal erläutert, dass die Ölbevorratungsverband liegt bei pro Liter 93,2%. Das sind 54% alleine. Das sind alleine 54%. Und ich frage hier gerne nochmal, wo ist hier die CO2-Kosten? Ich hatte das damals, das war Ende des Jahres 2020, ab Januar 2021 hatte ich das ja geschrieben, mal aufklamüsert, wie viel Prozent du alle steuern und alles haben wir denn da drauf. Damals noch ein realistischer Spritpreis von 1,20 Euro. Überlegt euch das mal. Wir sind hier unterwegs in Preise, da haben wir 100% teurer. 1,20 Euro der Benzinpreis pro Liter, Mineralölsteuer 50,1 Cent, Ökosteuer 15,4 Cent, neu die CO2-Steuer ist ja gekommen zum Jahresbeginn 2021, 7 Cent nochmal drauf. Und wenn das nicht schon genug wäre, kommt jetzt noch zusätzlich 19,16 oder generell immer Mehrwertsteuer drauf. Und das macht ein Dreiviertel, über 75% zahlen wir in diesem Land Steuern für Benzin. Und gerade ein guter Kumpel, der André, gestern noch geschrieben, Grüße gehen raus, irgendwann lohnt es sich nicht mehr zur Arbeit zu fahren. Dann sagt man, es lohnt sich nicht, ich gehe zum Amt, ich hole mir Unterstützung, ich hole mir Hilfe und liegt im Staat auf der Tasche. Obwohl man eine gesunde, gute Arbeitskraft ist, vielleicht auch einen Job hat, der Spaß macht, aber das kann doch einfach nicht sein. Wieso schaffen es denn Länder wie Polen, Tschechien und auch zahlreiche andere in den letzten Monaten, die Energiepreise für die Bevölkerung deutlich zu senken? Aber Deutschland kann, will, macht es einfach nicht. Das ist nicht fair. Und Fairness ist etwas, was ich in meinem Elternhaus beigebracht bekommen habe, man soll sich immer fair verhalten. Aber das sehe ich bei unserer Regierung nicht. Und überlegt doch mal, das sind vier verschiedene Steuern. Wenn man nur eine streichen würde, da wäre der Preis doch schon deutlich attraktiver. Hier 50 Cent, und das ja berechnet auf 1,20 Euro, ist ja noch mehr, muss ja prozentual sehen. Aber stell dir mal vor, Spritpreis nicht 2 Euro, sondern 1,50 Euro. Das wäre ja schon mal richtig krass. Und das wäre ja noch nicht mal die komplette Mineralölsteuer, die damit gestrichen wurde. Denn ich habe dann auch noch diesen Artikel hier. Hatte ich gestern, vorgestern, beziehungsweise, wenn ihr das Video jetzt hier seht, im Olli-Redet-Kanal, kurzes Eil-Video gemacht. Bundesregierung gibt Teil der nationalen Ölreserve frei. Das ist sinnvoll. Das ist gut. Um natürlich gegen diese Preise jetzt anzugehen. Und ich sehe davon irgendwie nichts bei der Tankstelle, wenn ich mir diese Preise hier angucke. Im Gegenteil, die gehen weiterhin durch die Decke. Wann soll denn das hier eine Auswirkung haben? Wäre es nicht sinnvoll, nochmal über diese vier Steuern hier zumindest mal zu diskutieren, davon eine zu streichen? Ich fände es angebracht. Schreibt eure Meinung unten rein. Ja, dann habe ich auch noch was Positives an der Stelle für euch. Und hier unten steht wieder Werbung. Ihr habt die Möglichkeit, mit dem Gutscheincode Olli bekommt ihr 10 Euro Rabatt auf eure Bestellung bei Kettner Edelmetalle. Und ich weiß, dass er jetzt schreibt, ja, dass du Kettner bewirbst, der ist teuer und alles drum und dran. Ich bin mit Kettner zufrieden. Ich habe da eine sehr gute Beratung. Man kann da kostenlos anrufen, sich beraten lassen. Und im schlimmsten Fall gehst du dann woanders kaufen. Ist da die Assi-Nummer, aber ist es möglich und da wird dir keiner einen Strick draus drehen oder ähnliches. Ich bin mit denen zufrieden. Ich bekomme ein sicheres, gutes, verpacktes Paket, wenn ich dort etwas bestellen sollte und habe damit gute Erfahrungen gemacht, die ich euch gerne hier an der Stelle schildere. Und mit dem Dominik zusammen habe ich halt diesen Deal. Zack, ihr bekommt über den Gutscheincode Olli 10 Euro Rabatt. Wer dann nicht bestellen will, keine Frage, ihr könnt es selber irgendwo anders machen. Ich empfehle euch ja hier nichts, sondern ich sage nur, was ich persönlich mache. Und was ihr daraus macht, das ist eure Entscheidung. So alt und so reif seid ihr. Das setze ich bei meiner Community einfach voraus. So, und dementsprechend, es gibt wieder eine neue Münze. Und erinnert euch mal zurück, ich hatte euch von der ersten Münze dieser Serie. Das ist nämlich das zweite Motiv. Das ist jetzt hier so ein anderer Gaul drauf. Genau, da ist nämlich ein Zebra jetzt drauf, schon berichtet. Und das war nämlich hier, diese Münze. Ein Kilogramm Silber African Safari 2. Also hier war der Elefant drauf. Oh, surprise, surprise, hat Olli etwa recht behalten, als er vor ein paar Monaten das Video gemacht hat. So lange ist es noch gar nicht her, einige Wochen eher gesagt, dass die Münze deutlich steigen wird. Wenn man nämlich den Preis hier anguckt, 1690 Euro, und der gleiche Preis war nämlich bei der Münze hier, steht es auf einmal bei 2150. Also wenn man ein bisschen aufpasst, ein bisschen zwischen den Zeilen liest und realisiert, dann hat man die Möglichkeit, Kohle zu machen. Klar, man braucht hier natürlich 1690 abzüglich der 10 Euro, keine Frage. Das ist natürlich nicht wenig Geld, aber ich habe euch auch zahlreich und häufiger Anlage, genauso wie auch jetzt Sammlermünzen, gezeigt, wo ebenfalls sehr gute Renditemöglichkeiten vorhanden sind. Ob man sie nutzt oder nicht, jeder, keine finanzielle Beratung hier an der Stelle, muss jeder für sich selber entscheiden. Und wenn man sich nämlich jetzt hier auch noch ein paar ältere Münzen aus solch einer Serie, African Safari ist eine ganz bekannte Serie, anschaut, dann sehen wir euch hier zum Beispiel, hatte ich euch damals in dem Video auch gezeigt, als ich die Münze hier wiederum gezeigt habe, diesen Büffel, die da drauf sind, aus dem Jahr 2020, genauso wie diese hier. Und das ist nämlich einmal die polierte Platte und einmal hier dieses Antikfinish, sieht man, die ist so ein bisschen gräulicher und die ist richtig hoch poliert. 2690 Euro und die war sogar noch mal günstiger, wenn ich es richtig im Kopf habe, die wurde nicht verkauft für 1690, sondern ich glaube damals für 1590. Klar, durch eine aktuelle Situation und natürlich viel Nachfrage etc. pp. haben sich hier die Preise natürlich auch weiterentwickelt, aber dementsprechend, man kann kein Financial Advice hier an der Stelle, natürlich Steigerungen mitnehmen. Und ich weiß, was jetzt viele auch wieder in den Kommentaren schreien, schreien schon eher werden, als schreiben werden, so dass sie sagen, ja, aber da hast du ja ein Silbergehalt von, das ist jetzt hier ein Kilogramm sogar, wenn du dir jetzt guckst, was eine Silbermünze kostet, können wir ja gerade mal machen. So, dann gehen wir hier im Silberbereich einfach mal auf ein Kilogramm und gucken uns das an. Jo, die ist jetzt hier zum Beispiel Arche Noah müsste das sein, für einen Tausender zu haben, also deutlich günstiger. Nur das Problem daran ist einfach, wenn wir jetzt hier speziell Silber Arche Noah für ein Kilo gucken, wie die von einem anderen Jahrgang von mir aus 2020 gehandelt wird. So, und hier sehen wir sie alle aus den verschiedenen Jahrgängen. Da ist die 21er ein bisschen drüber, 12 Euro, dann ist die 17er sogar drunter, dann ist die 15er ein bisschen drunter, dann ist hier die 20er 3 Euro im Plus. Also, was ich damit sagen möchte, man muss sich überlegen und hier muss man natürlich auch sein Investment streuen, finde ich. Man sollte nicht hingehen und sagen, jetzt kaufe ich mir nur noch Silbermünzen als Anlagemünzen oder ähnliches. Man muss es diversifizieren. Das bedeutet, man hat vielleicht eine Silbermünze im Anlagebereich, man hat vielleicht zwei, drei von den kleinen Unzen als Anlagemünzen. Genauso hat man vielleicht auch die ein oder andere größere Sammlermünze. Und das ist es, was halt sowas ausmacht. Weil auf der einen Seite, klar, der Silberpreis ist natürlich jetzt gerade aktuelle Situation, ebenso wie der Goldpreis, massiv gestiegen. Dann nimmt man natürlich über so eine Möglichkeit hier Gewinne mit. Genauso schützt man sein Vermögen. Und auf der anderen Seite sind solche Sammlermünzen ganz klare Spekulationsobjekte. Weil wenn natürlich keine Nachfrage mehr nach so einer schönen Münze mit einem Tierchen drauf ist, bekommst du dafür im schlimmsten Falle nur noch das, was das Gold wert ist. Oder das Silber halt. Und das wäre in diesem Fall ein Kilo. Und das kannst du einschmelzen lassen. Dann schmeißt du den Karton und die schöne Holzbox dir bei ist danach weg. Oder verkaufst du für ein Zwanni und dann bekommst du da deine 1000 Euro ungefähr in Silber ausbezahlt. Beziehungsweise in Euro. Ihr seid selber alt genug. Das ist mir wirklich ganz wichtig in diesem Kanal, das nochmal rauszustellen. So, jetzt haben wir lange wieder darüber geredet, aber ihr wisst das. Ich bin jetzt mittlerweile zwei, drei Jahre in dem Bereich Edelmetalle drin. Und mir macht das tierisch Spaß, solche Entwicklungen hier auch live zu sehen und auch zu verfolgen. Schreibt mal eure Meinung dazu gerne unten rein. Wie soll es hier weitergehen? Einmal das Negative und jetzt das Positive zum Ende. Daumen hoch fürs Video. Abonnieren, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao. Sondern man muss es differenzi... Die... Ganz klare... Bähäähäähä nämläähä keine jopAdäähäern.